Hallo Leute und willkommen, euer Dr. Scamp hier und heute habe ich für euch den Jisoo 1008 und wir haben ihn für euch gedreimarkt, der neue Premium Panzer, der aus den Weihnachtskisten kam, direkt mit der dritten Markierung drauf und ich erzähle euch alles über den Panzer, wie ich ihn fand und wie ich ihn gespielt habe und sage natürlich euch am Ende auch zwei schöne Replays, wo man sehr schön meine Spielweise sehen kann. So, fangen wir erstmal mit dem Panzer an und gehen wir mal standardmäßig durch. Ich glaube zu der Besatzung braucht man nicht viel sagen. Waffenbrüder, Lampe, Sichtweiten-Skills, alles auf die Gun und danach Tarnung, Reparatur, einfach standardmäßig halt. Dann Equipment, ich habe Lüftung, Optik und Drehmechanismus. Als ich ihn gedreimarkt habe, habe ich das alles erbeutet gespielt, jetzt habe ich natürlich das normale wieder reingesetzt. Macht sich nicht viel, ist aber mit erbeutet natürlich ein bisschen angenehmer, habe ich auf jeden Fall gemerkt. So, Munition 40 Gold, da würde ich auch keine Ausnahme machen, weil man 40 Sekunden nachlädt und wenn man 40 Sekunden nachlädt, kann man nicht 40 Sekunden vorher schon wissen, okay ich werde gleich gegen einen schlechten Panzer mit wenig Panzerung spielen. Das kann vielleicht funktionieren, wenn man jetzt im 6er-Gefecht reinkommt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da gerade dann den Defender vor sich hat, eher sehr gering ist, aber dennoch, die APCR lohnt sich mehr, einfach nur aus dem Grund, dass man hier 1400 Shell Velocity hat, gegenüber 1100 auf der AP, auch wenn das hier nicht schlecht ist und man hat fast 100 mehr Durchschlag, also verhältnismäßig ist die hier viel zu gut, um das hier zu benutzen. Ist persönlich mein Empfehlung, wenn man Spaß mit dem haben will, ist es ein Premium, er wird trotzdem fahren. Während der Weihnachtstage mit Clanboosern und alles, habe ich Full Gold, alles über 100.000 pro Runde gemacht, also das war überhaupt kein Problem. Ja, standardmäßig, Medkit, Repkit und Ration auf jeden Fall und da er zwischendurch doch schon dazu neigt abzubrennen, habe ich meine Feuerlöscher-Direktive reingehauen, würde ich auch so vielleicht machen, wenn ihr viele davon übrig habt und den Panzer 3 marken wollt, nicht grundsätzlich in den Feuerlöscher rein und dafür die Ration raus und einfach eine Direktive, die reicht schon vollkommen aus. Wir haben auf dem Panzer 320 Alpha bei 320 Durchschlag auf der APCR, die wir ja benutzen. Das ergibt für uns natürlich fast ein 1300er Clip. Ja, das ist schon geil. Also, wir laden halt den Clip 40 Sekunden nach, das ist wirklich viel, aber wir können diese DPM von 1700 effektiv nutzen, weil wir wirklich, wenn wir den Clip anbringen, komplett, halt die volle DPM ausnutzen. Das ist viel effektiver, als bei den meisten Panzern, die halt Einzelschuss schießen, weil die dann ne Minute durchschießen müssten, um das effektiv zu nutzen. Das ist meistens eher schwierig, deswegen sind Autoloader meistens besser, was den Damage-Output angeht und das merkt man hier auch. Wir haben Minus-L-Grad-Gun-Geprash und das ist richtig nice, das macht richtig Spaß. Man zeigt nicht so viel vom Panzer, man kann schön von oben runterschießen. Was man nicht kann, nach oben schießen, weil der Turm quasi mit der Gun halt nach verbunden ist, der kann halt nach oben, nach unten und nach unten kommt er nur so ein Stück und deswegen geht er nur 10 Grad nach oben und das merkt man dagegen aber echt oft. Das heißt, wenn ein Gegner über euch ist und ihr wollt da hinschießen, wird das meistens nicht funktionieren und das ist wirklich manchmal echt nervig. Aber damit kann man leben, weil wie oft schießt man schon wirklich von unten nach oben, eher von oben nach unten, weil man ja natürlich sich die besseren Poses holt. So, Aim-Time-Fold 2,01 ist top. Die Streuung von 0,3 ist okay, man merkt sie auf jeden Fall, zwischendurch verzieht er auch mal einen Schuss oder so. Kann mal durchaus gut passieren, aber im Großen und Ganzen trifft er ganz gut, ich bin damit auch sehr gut zufrieden. Ja, 1700 DPM wie gesagt ist top. Ist halt ein Clip, funktioniert super, man kommt auf einen guten Schaden-Output. 1200 Strukturpunkte ist okay, es ist nicht viel, es ist aber genug dafür, dass der Panzer eigentlich eher davon lebt, dass er von hinten mal eben rausfährt und seinen Clip rausgibt und nicht irgendwie rumsteht und wartet, dass er beschossen wird und noch 20 Sekunden nachlädt. Natürlich, im Nachladen zieht man sich zurück, wenn man die Schüsse drin hat, dann spielt man ein bisschen weiter vorne und lässt die Möglichkeit sich zu treffen, aber dann schießt man halt natürlich auch zurück. So, Panzerung ist da, 99 Turm, 152, ne 152 Turm, 99 Wanne frontal, der Panzer bounce mal was, Vertrauen auf die Panzerung kann man absolut gar nicht, aber es funktioniert und wir werden das auch noch im Replay sehen, dass es manchmal wirklich ein Gefecht retten kann. Aber wie gesagt, darauf vertrauen kann man auf jeden Fall nicht. Mobilität, 60 nach vorne, erreicht er jetzt nicht wirklich komplett, da er nur 50 PS hat, aber er ist mobil genug, er lässt sich gut verlegen und man kommt auf jeden Fall ordentlich hinterher. Wenn die Gefechte wirklich zu schnell laufen, hat man das eher das Problem, dass der Clip nicht hinterherkommt, dass man diese 40 Sekunden nicht mehr durchbekommt, aber dass man hinterhergefahren bekommt, ist eigentlich eher nicht so das Problem. Ja, Tarnung ist top, 37 im Stehen, 24 im Fahren, also man kann ordentlich verlegen, ohne dass man jetzt wirklich direkt aufgeht, wie jetzt mit dem Heavy der Fall wäre. Ich bin da, was die Tarnung angeht, auf jeden Fall sehr zufrieden und habe damit auch schon ordentlich was gespottet dadurch, dass er auch gut getarnt ist und die Gegner nicht gerade gedacht haben, dass da ein TD stehen würde. Ja, mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Und wir haben 470 Meter Sichtweite, als ich noch mit erbeutet gespielt habe, waren es 480. Das ist auch eine Top-Sichtweite und lässt einen sehr gut spotten und dadurch natürlich durch den Spotschaden auch nochmal ein paar Prozent mehr für die Gunmark rausholen, wodurch man dann auch die dritte Gunmark eher leichter schafft. So, und ja, dann gucken wir uns mal, wie er ein Gefecht performt an. So, und hier sind wir wieder bei dem Replay. Und zwar fangen wir erstmal mit einem Standard-Replay an, wie ich meine Gefechte meistens so anfange, wie ich mich positioniere und die Ablauf lasse. Also so ein standardmäßiger, durchschnittlicher Gefecht, so wie der so bei mir ungefähr aussieht. Und dann gucken wir uns ein Top-Replay an, wo wir natürlich sehr viele Zehner vernaschen. Das hier ist übrigens auch gegen Zehner. Also damit man jetzt nicht sagt, der Panzer funktioniert nur im Top-Tier, äh, im Top-Tier, ja, nein, er funktioniert im Low-Tier genauso gut. Und außerdem 320 Pen reicht schon voll und ganz aus. So, und fangen wir mal an. Was mache ich hier natürlich als erstes? Und das empfehle ich auch ganz oft, das mache ich auch ganz gerne. Ich zähle mich erstmal hier hin und aime erstmal ab. Ähm, ich mag diesen Stein hier ganz gerne. Da wird jetzt nicht, meistens nicht so sehr geblindet wie die anderen. Aber er funktioniert ganz gut. Man kann hier natürlich schön zurückfahren. Hier, wir sehen, da ist der DPR, da EBR, da ist der T49. Jetzt, wir sind noch im Reload, deswegen bleiben wir einfach hinterm Busch. Weit genug zurück, dann wird man auch nicht beschossen, so. Und schon sind wir durchgeladen, so langsam. EBR ist weg, der 49 ist runter. 40 Sekunden halt. Und dann ist erstmal Wartnern gesagt. Da fährt erstmal der EBR rum. Und dann ist das natürlich unser Auftritt hier. Den zweiten leider nur kritisch, habt ihr auch ein bisschen veraimt. Ist nun mal ein EBR, den trifft man jetzt nicht so grundsätzlich leicht. Aber passt. Nehmen wir ihn raus, haben noch einen Hit. Und den gehen wir einfach blind mal auf den T49. Haben leider nicht getroffen. Hinten diese 130 BM, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Weil von hier hinten hat man den klaren Beschuss hier rein. Und jetzt stelle ich mich natürlich nach rechts ein bisschen raus. Versuche aber auch nicht zu weit rauszufahren. Und funktioniert. Die trifft mich nur in die Ketten. Glück, Skill, ja beides. Ihr Können und Glück gleichzeitig. Ist ein bisschen riskant, wenn man an dem Stein aufgeht. Kann auch ganz gerne in die Hose mal gehen. Aber wenn man sich dann ein bisschen vorsichtig hin und her bewegt. Dann funktioniert das schon alles. Warten wir mal hier ab. Ob wir den T49 vielleicht bekommen. Oder die Zoomerlauf geht. Und so funktionieren bei mir eigentlich die meisten Gefechte. Also eher so abwartend. Gucken was passiert. Der Panzer lebt eher von der Dauer des Gefechts. Also der ist jetzt nicht der Panzer, der davon ausgelebt ist. Oh ich pushe da durch und mache da voll den Damage rein. Logischerweise ist das ein TD. Er lebt von der Dauer. Und es ist auch noch ein Autoloader. Das heißt er lebt davon, dass die Gegner möglichst lange leben. Und sich für seinen Clip anbieten. Und das muss man sich natürlich raussuchen. Also der ist davon sehr stark ausgelegt. Dass man sich die Position raussucht. Von wo man die Gegner jetzt rausnimmt. Zum Beispiel hier. Wir haben den 140er. Aimen ihm ab durch den Doppelbush. So dass wir auf jeden Fall nicht aufgehen. Möglichst safe spielen. Möglichst keine Bäume oder sowas umnieten. Die jetzt nicht unbedingt sein müssen. Der 140er fährt vor. Wir sehen grün. Ketten ihn. Und klippen ihn raus. Zünden ihn auch noch an. Haben einen Schuss übrig. Können den aber reloaden. Weil den bringen wir jetzt eh nicht mehr an. Das ist auch ein Problem. Vielleicht bei dem Panzer sein kann. Zu entscheiden. Reloade ich jetzt oder reload ich nicht. Denn man hat schließlich 40 Sekunden. Und stell dir mal vor. Ja schießt jetzt nur zwei Schuss raus. Das ist immer schwierig. Und ich glaube. Die Schwierigkeit bleibt bis zum Ende des Panzers. Bis zu der 3 Mark. Hat man immer einen Punkt. Wo man sich denkt. Reloade ich jetzt oder reload ich nicht. Und man weiß es einfach nicht. Also da muss man schon wirklich sehr gut sein. Damit man das versteht. Die IS-3A fährt hier raus. Und hier sieht man auch gut die Tarnwerte von dem Panzer. Ich stehe hier. Es ist kein Doppelbursch. Aber er kann mich halt nicht sehen. Ist natürlich jetzt auch ein IS-3A. Der hat jetzt keine Sichtweite. Ist vielleicht nicht die größte Aussagekraft. Aber der Badger sieht mich hier jetzt auch nicht. Obwohl da ist jetzt der Doppelbursch. So der Zenturion fährt vor. Und da können wir einfach den rausnehmen. Kriegen noch ein bisschen Spot. Und hier ist die Situation. Wir haben zwei Schuss. Und wir wissen jetzt nicht. Reloaden oder nicht Reloaden. Für was entscheidet man sich da. Und hier haben wir so. Der Badger fährt raus. Und wir können ihn wieder nicht pennen. Weil er zu Holdown steht. Aber ich reloade die ganze Zeit nicht. Und das ist jetzt auch wieder. Man sitzt da in diesem Gefecht. Und denkt sich. Okay. Reloaden oder Reloaden nicht. Und am Ende reloadet man doch. Hat quasi dann 5 oder 10 Sekunden verloren. Mittlerweile 6-1. Wir haben 2000 Schaden. 1000 Spot. Und so läuft das Gefecht meistens ab. Man versucht einfach. Möglichst sein Clip irgendwie anzubringen. Was auf dem Tank auch sehr geil funktioniert. Ist natürlich Gegner tracken. Wenn ihr nämlich den ersten Trackshot gesetzt habt. Und ihr könnt noch den zweiten setzen. Wenn das irgendwie möglich ist. Dann ist der Gegner dauer-trackt. Und ihr könnt ihn einfach rausnehmen. Das funktioniert auch richtig geil. Oder jemand in die Seite reinfahren. Wenn er 1000 HP oder so hat. Die Gegner rechnen nicht damit. Dass man auch aggressiv mit dem Panzer spielen kann. Wenn man noch die HP so beisammen hat. Dann kann man nämlich die 1000 HP auch mal dazu nutzen. Um einfach rauszufahren. Und Gegner komplett rauszuklippen. Er ist ja nicht verboten. So. Hier haben wir den Badger fahren. Natürlich runterlassen. Die AT da mal ein bisschen hinarbeiten. Der Kassiert den einen. Den anderen. Und wir warten ganz entspannt ab. Problem ist natürlich der T30 im Hintergrund. Der hat geschossen. Der geht raus. Und jetzt sind wir mal dran. Hier leckt das Replay ein bisschen. Naja. Dies halt so. Und hier haben wir den T30. Den ich nicht gut sehen kann. Dann sehe ich aber hier seine Wanne. Kassiert 400 von der ARTI. Warum leckt das Replay denn? Und Kassiert 810 vom T30. Und bin draußen. Und da sieht man die 1200 HP. War dann zu aggressiv. Und bin rausgeflogen. Am Ende natürlich ist das gewonnen. Aber man muss natürlich immer aufpassen. Dass man nicht solche Aktionen macht. Dass man nicht da so dumm rausbiegt. Im Endeffekt war der ARTI natürlich jetzt nicht vorgesehen. Ich habe nicht gedacht, dass die ARTI mich da rausnimmt. Beziehungsweise mich überhaupt trifft. Weil die ja hier schon gestorben ist. War halt echt unlucky. Aber ist okay. So. Sehen wir uns mal im zweiten Gefecht. So. Und hier sind wir schon beim zweiten Replay. Und jetzt kommt natürlich das Sahnestückchen. Kein so ein 2500 Damage Replay. Wo man zwei Clips angebracht hat. Und das war's. Und jetzt kommt wirklich was Geiles. Wo man wirklich mal das volle Potenzial vom Panzer sieht. So. Und wir sind hier auf Studianki. Wieder gegen Zehner. Wie gesagt. Der Panzer hat kein Problem damit im Load hier zu sein. 320 Penn Regeln auf jeden Fall. Und hier fahren wir nach links. Und versuchen die KJ Linie abzusnipen. Wechseln wir mal auf meine Cam. Ja. Wenn man noch so. Da wir jetzt eh hier ein bisschen Zeit haben. Wenn man jetzt über den Panzer die Gesamtbewertung abgeben würde. Da würde ich dem Panzer einen 9,5 von 10 wahrscheinlich geben. Er macht Spaß. Er hat einen geilen Clip. Er hat eine richtig gute Gold. Er hat vielleicht keine gute AP. Aber das lasse ich jetzt mal vorweg. Das ist jetzt nicht so der fatale Fehler. Er hat Sichtweite. Er ist nicht unmobil. Schafft nur nicht da hochzufahren. Aber das ist okay. Er ist aber teamabhängig und ein bisschen schwierig. Und das ergibt sich halt natürlich dadurch. Dass er nun mal 1200 HP hat. Das heißt sein Clip hat mehr Damage als sein HP selbst. Wodurch natürlich ein HP Trade ohne Probleme funktioniert. Aber einen Autoloader zu spielen. Ist nicht immer so einfach wie man sich das vorstellt. Denn es kann auch durchaus mal anders kommen. Und man muss immer den Reload abschätzen. Man muss immer abschätzen. Kann ich da jetzt den einen Schuss unbedingt rausdrücken auf gut Glück. Oder macht man das nicht. Also es ist jetzt nicht wie mit dem 140er kann. Ach ich schieße mal dahin. Wenn ich ihn jetzt nicht treffe in 4 Sekunden bin ich nachgeladen. Ist kein Problem. So das funktioniert bei dem Panzer nicht. Deswegen auch nur eine 9,5. Aber im Großen und Ganzen macht der Panzer richtig viel Spaß. Und jeder der ihn hat sollte auf jeden Fall mal ein bisschen mit dem mehr spielen. Wenn ihr mit dem nicht klarkommt ein bisschen einspielen. Wenn man mit dem bisschen eingespielt hat macht er wirklich sehr viel Spaß. So. Kommen wir mal zurück zum Gefecht. Wir haben hier ein bisschen gestanden. 2,1. Und jetzt können wir ein bisschen vorfahren. Das 277 steht hinten. Sonst ist eigentlich nichts aufgegangen. Deswegen entscheide ich mich natürlich in die Mitte reinzufahren. Um aus der Mitte mit meinen 11 Grad Gantipression auszuarbeiten. Man kann dann auch hier hinschießen. Gucken nochmal ein bisschen ob die Batchel doch rausfährt. Tut sie aber nicht. Sie haut wieder ab. Und hier kommt das 277. Der Endgegner. Der sich komplett verschätzt hat. Und wir clippen ihn für 1339. Da haben wir schön gehighrollt. Dreimal. Und so fängt das Gefecht eigentlich immer idealerweise an. Denn wir haben jetzt schon quasi 1500 combined. Also fast die Hälfte von der dritten Gunmark. Ja. Und haben noch keinen Schaden gefressen. Haben einfach nur ein Clip abgegeben. Das ist natürlich immer dann das was richtig Spaß macht. Was ich jetzt mache ist. Hier mich in der Mitte vertasten. Und ich will hier den STB1 und den Leo in die Seite schießen. Weil das von hier aus durchaus möglich ist. Ich kann auch die Panzer hier theoretisch beflanken. Ist dann aber nicht so ganz leicht. Und wofür ich mich entscheide. Ich entscheide mich hier ganz komisch rückwärts reinzufahren. Gehe aber dabei dann auf. Clippe den Bisonte. Weil der mich offensichtlich noch aufgemacht hat. Triffe den Bisonte einmal ganz schön in die Kette. Habe sehr viel Glück. Dass mich nur einmal der Bisonte getroffen hat. Auch wenn er gehighrollt hat. Das ist egal. Es war einfach sehr viel Glück gerade im Spiel. Die Badget hat verschossen. Der Bisonte war jetzt nicht wirklich ganz genau. Und dadurch habe ich mit echt wenig Schaden bin ich davon gekommen. Gehe aber hier wieder auf. Und dann muss ich mich natürlich hier mal trocken lassen. Aber wir haben schon 2600 Schaden. Und quasi wenn man das als Happy Trade betrachten würde. Was es jetzt nicht in dem Fall war. Aber so habe ich quasi den Bisonte fast komplett weggeklippt. Und dafür fast nichts bekommen. Hier machen wir mal so ein bisschen was kaputt. Kriegen einmal den Schuss auf den Leo. Das eine geht in den Boden. Und dann warte ich ein bisschen ab. Habe aber den Schuss gefehlt. Und hier war dann wieder so ein Clip. Wenn ich die ersten beiden Vollein gebracht habe. War der hier jetzt wieder nur mit einem Schuss. Sehr sehr ineffizient. Und quasi verschenkt. Aber muss man halt mit leben. Passiert manchmal. Hier merken wir okay. Da fallen noch Bäume. Pingen wir auch mal kurz an. Dass da was ist. Ob das jetzt hier oder genau hier war. Weiß ich jetzt nicht genau. So genau konnte man das jetzt nicht sehen. Und was wir jetzt natürlich machen können. Was auch richtig schön auf dem Platz funktioniert. Und wenn man sowas hat. Dann macht das wirklich Spaß. Man fährt jetzt raus. Und hat das perfekte Ziel vor sich. Nämlich One-Shot. Man trifft den Bisonte raus. Man lowroll den Jizo. Aber das ist egal. Man nimmt den Jizo raus. Und man nimmt den Bisonte raus. Kassiert einen Schuss von VK. Dadurch bin ich One-Shot. Aber ich habe gerade einfach drei Kills gemacht. Und wenn man das hier so betrachtet. Drei Kills ist das schon richtig witzig. Und wenn man das hat. Macht es auf jeden Fall auch Spaß. Wir carryen hier auch die Runde so ein bisschen. Indem wir schon fast 4k Schaden haben. Weil es steht gerade mal 7 zu 5. Also jetzt kein wirkliches Gefecht. Wo wir die Gegner überrennen. Aber was wir auf jeden Fall haben. Ist die Map-Control. Wir engen die Gegner sehr stark ein. Und das funktioniert sehr sehr gut. Hier reloaden wir. Sehen dass der PTA auch schon sehr weit vorne ist. Und gucken dass wir gereloadet sind. Und dann da auf ihn rausfahren können. Er fährt auf jeden Fall raus. Wir können ihn hier beschießen. Fahren raus. Sehen ihn. Und kritten ihn noch. Hier kurz auf den STB geguckt. Ob ich den vielleicht rausnehmen kann. Weil ein One-Shot ist ein One-Shot. Treffen den hier. Treffen ihn nochmal. Und er bounced. Und hier die besagte. Ach was ein geiler. Sieht auch ganz cool aus. Wir haben hier so eine Sphäre erschaffen. Auch ganz nice. Aber wir haben hier den wirklich den Kill-Shot gebounced bekommen. Dank des RNGs. Und können den PTA rausnehmen. Und hier ist die Panzerung von der ich gesprochen habe. Dass der Panzer kann mal bouncen. Wenn es mal drauf ankommt. Der VK schießt den Buras raus. Jetzt haben wir halt 11 zu 8. Wir haben wieder mal ein Stückchen dazu geholfen. Dass das Gefecht gewonnen wird. Haben mittlerweile 4500 Damage im 10er Gefecht. Und schießen jetzt nicht gerade die low gepatzerten Achterhalle raus. Sondern schießen auch durchaus gerne auf 9er und 10er. Denn es ist eigentlich scheißegal auf was man schießt. Die Durchschlag reicht für alles aus. So. Warum der hier nicht hinfährt. Weiß ich jetzt nicht. Aber ist eigentlich recht egal. Wir reloaden unsere Clip. Und dann können wir jetzt. Nämlich hochfahren. Und den Panzer klippen. Wir sehen dass der VK rausfährt. Fahren hier raus. Dass man den VK beschießen kann. Und er wurde gekettet. Und wir haben ihn wirklich vorne in die Kanonenblende noch rausbekommen. Geben den letzten Schuss auch noch auf den Rheinmetall. 4500 Schaden. Ein super Ergebnis. Fünf Kills. Und wir wollen natürlich noch den sechsten. Den Krieger. Um das Gefecht abzurunden. Und ein perfektes Ergebnis zu haben. Der Rheinmetall fliegt leider raus. Also der wird nicht von unserem Clip getroffen sein können. Und übrig bleibt nur noch der T-50 Heavy. Und hier ist der Reload da. 14 Sekunden. Wird die Base gecappt. Wir sind noch am Reload. Und warten dass der T-50 Heavy sich auf keinen Fall wastet. Ich hoffe dass die gegen unsere auch das nicht komplett durchcappen. Er geht noch in der Sekunde auf. Obwohl es durchgecappt ist. Schaffe ich ihn noch rauszunehmen. Und wir haben 6100 Schaden. 6 Kills. Und das im 10er Battle. Und ich denke mal. Ich habe eigentlich den Panzer sehr schön dargestellt. Und euch erklärt wie man mit dem spielt. Vorsichtig spielen. Immer drauf achten. Und auf jeden Fall das allerwichtigste. Niemals vergessen. Spaß haben. Habt einfach Spaß. Vertraut auf eure Panzer. Fühlt eure Panzer. Und habt Spaß. Euer Dr. Scamp. Ciao, ciao.